Es könnte vielleicht tatsächlich alles sein. Toll! Wofür ist nur das Ding Bums da? Keiner hat hier vorher so etwas gesehen. Was kann man tun mit diesem Ding? Wie haut das hier bloß hin, das Ding mit dem Ring? Ich weiß nicht und wie geht's euch? Hey Freunde, ich hab eine Idee! Ihr könnt zweng, zweng, zweng spielen wie auf Gitarren. Zweng, zweng Mann, das hört sich an. Zweng, 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 schon seid ihr ein Rockstar. Spielt man richtig laut, das ist wunderbar. Ich weiß es nicht und wie geht's euch? Vielleicht ist es eine Elefantenmaske. Nehmt es Graf, Graf, Graf in eure Hand. Graf, 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 Graf in den Sand. Schätze finden das wär schön. Vielleicht braucht ihr euch auch nur umzusehen. Wofür ist nur das Ding's in der Hand? Keiner hat hier vorher so etwas gesehen. Was kann man tun mit diesem Ding? Wie haut das hier bloß hin, das Ding mit dem Ring? Ich weiß nicht und wie geht's euch? Hey, ich weiß was es ist. Es ist ein Dingsbums da.